Ja, grüß euch, ich bin Rainer von der Lögerhütte in Hinterstuder. Wir sind da auf 1400 Meter hier oben. Unsere Hütte ist seit über 40 Jahren im Familienbetrieb. Sommer wie Winter haben wir geöffnet. Wir haben ein tolles Skigebiet und natürlich auch im Sommer zum Wandern ein Traum bei uns hier oben. Man kann da von 1400 Meter bis auf 2000 Meter hoch wandern. Es gibt bei uns natürlich viele verschiedene Rundwege, die man gehen kann. Auch vom Hotel Poppenkut kommen die Gäste immer hier hoch, gehen da bei uns vorbei, gehen da am Mittag rein und dann geht es rüber Richtung Steiersbergerei und dann wieder runter zum Poppenkut. Ja, und wenn es die Zeit natürlich auch einmal erlaubt, dann spielen mein Papa und ich für die Gäste einmal auf. Der Vater mit der Steirischen und ich mit der Teufelsgeige, weil was anderes habe ich auch nicht gelernt. Und dann machen wir ein bisschen Musik für unsere Gäste. Und es würde uns freuen, wenn ihr einmal bei uns vorbeikommt. Bis bald!